In vielen Ansagen hört man immer wieder, jetzt wird es Zeit für einen der ganz großen Künstler. Ich mache es jetzt mal ganz andersrum. Ich sage einfach mal, jetzt wird es Zeit für einen der ganz kleinen Künstler. Allerdings nur körperlich gesehen, denn er ist auf dem Weg ein ganz großer zu werden musikalisch. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, letztes Jahr in Berlin und zwar bei der Endausscheidung der Miss Germany. Ich fand den Burschen sowas von dynamisch, so klasse, dass ich mir nur gesagt habe, den möchte ich einladen zum Schlagerfestival. Hier kommt ein 1,40 Meter großes Bündel Energie, George Le Bonsai. Wollt ihr den Bonsai-Mann? Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier kommt Mr. Germany. So war das mit der Germany, bin ich jetzt mit von der Partie. Und vom Finale ist schon klar, ich werde ein neues Schutchen-Star. Bei mir der Süße von seinem Namen, einfach niemand widerstehen kann. Stimmt auch die Jury nur für mich, da wird's mit anderen Jungs ganz schwindelig. Wenn ich werde Mr. Germany, hab ich auch ganz schön kurze Knie, dafür bin ich total aufdraht, als Superman im Kleinformat. Ich werde Mr. Germany, so checken sei die Welt noch nie. Wenn ich dich ständig unterstromm, ich bin ein Powerbündel in Aktion. Was andere können kann ich auch, und das auch ohne was mit Bauch. Die Brust hab ich nicht gar versiert, ich hab den Oberarm nicht tätowiert. Ich bin auch nicht so lagerfreut, weil ich mit meinem kleinen Freund, auch ohne Anabolika, da wird mein Traum jetzt endlich wahr. Denn ich werde Mr. Germany, hab ich auch ganz schön kurze Knie, dafür bin ich total aufdraht, als Superman im Kleinformat. Ich werde Mr. Germany, Mr. Germany, so champion sei die Welt noch nie. Denn ich steh ständig unter Strom, ich bin ein Powerbündel in Aktion. Das neue Schönheitsideal, schaff ich auch international, geh in die Welt hinaus, ich schwör's, komm heim als Mr. Universe. Denn ich werde Mr. Germany, hab ich auch ganz schön kurze Knie, dafür bin ich total aufdraht, als Superman. Ich werde Mr. Germany, hab ich auch ganz schön kurze Knie, hab ich auch ganz schön kurze Knie, Ich werde Mr. Germany, so champion sei die Welt noch nie. Denn ich steh ständig unter Strom, ich bin ein Powerbündel in Aktion. Ich werde Mr. Germany, hab ich auch ganz schön kurze Knie, hab ich auch ganz schön kurze Knie, Ich werde Mr. Germany, der Infektion in Aktion. Joczle Bonsai, ein kleiner Mann. 1,49 Meter. Ich hab 1,40 gesagt, tut mir leid. 1,49 Meter, aber trotzdem schon ganz groß. Vielen Dank.